Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. In diesem Video würde ich dir gerne eine App zeigen, die dich für deine Handy-freie Zeit bezahlt. Das heißt, du kriegst Geld dafür, dein Handy nicht für andere Dinge zu verwenden. Mehr dazu gibt es aber gleich nach dem Intro. Bevor ich aber mit dem heutigen Tutorial starte, würde ich euch gerne nochmal eine persönliche Empfehlung geben. Und das ist der Kanal Michael Schwarz investieren in Aktien. Michael ist ein guter Freund von mir und er macht tolle Videos rund ums Thema Aktien und wie du mit deinem Depot eine überdurchschnittliche Rendite generieren kannst. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich seine Videos auch sehr, sehr gerne schaue und ich kann euch seinen Kanal wirklich nur empfehlen. Deswegen schaut einfach mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich ein Link zu seinem Kanal. Ich habe ihn auch abonniert und ich denke, wie gesagt, er wird euch auch sehr gefallen. Deswegen schaut auf jeden Fall mal rein. Seine Videos sind absolut top. Im heutigen Video würde ich euch gerne eine App namens Focus vorstellen. Focus ist eine App, die euch dafür bezahlt, dass ihr nichts anderes auf eurem Smartphone tut, als euch diese App anzuschauen. Das heißt, ihr könnt praktisch diese App auch einfach, oder ihr könnt euer Smartphone irgendwo hinlegen und könnt dann ein wenig warten und es passiert dann gleich folgendes. Nämlich, wir können hier an so einer Art, ja, Fokus-Session teilnehmen und wenn diese Zeit vorbei ist, diese Fokus-Session, zum Beispiel irgendwie eine Minute oder was auch immer und du hast nichts anderes mit deinem Smartphone gemacht, als in dieser App für zum Beispiel diese Minute zu bleiben, dann kriegst du halt ein wenig Geld dafür und das sind halt die sogenannten Fokus-Euro, die du bekommst und diese Fokus-Euro kannst du dann gegen unterschiedlichste Dinge eintauschen. Was das für Dinge sind, das schauen wir uns gleich mal an. Das heißt, wenn wir jetzt uns diese App hier herunterladen, dann müssen wir, wie gesagt, können unsere E-Mail-Adresse hinterlegen, können das aber auch mit Facebook verbinden, mit Google, mit Apple oder was auch immer. Ich habe es jetzt im Echtzeit mit meiner E-Mail-Adresse verbunden und dann kann ich halt schon direkt starten. Das heißt, es ist ein ganz, ganz einfacher Anmeldeprozess hier auch auf der App. Das heißt, du musst jetzt nicht irgendwie erstmal zehn unterschiedliche persönliche Daten hier eingeben. Nein, das passiert nicht. Sobald du dich in diese App eingeloggt hast, hast du praktisch diesen Kreis hier vor dir liegen und kannst dann hier unten auf Start klicken. Du siehst in meinem Falle, ich habe jetzt hier ganze fünf Fokus-Euro-Cent, würde ich das mal ausdrücken und kann jetzt natürlich mir noch mehr von diesen Fokus-Euro verdienen, wenn ich hier unten auf Start klicke und dann seht ihr, dass praktisch nun hier steht, dein Fokus entspannen und jetzt dauert das Ganze ein bisschen und wenn diese Zeit hier abgelaufen ist, dann kriege ich ein wenig Geld von Fokus und dieses Geld kann ich dann, wie gesagt, jederzeit eintauschen gegen die unterschiedlichsten Dinge. Ihr merkt jetzt, das dauert relativ lange. Das heißt, ich könnte jetzt einfach mein Smartphone nehmen, ich könnte das irgendwo hinlegen, ich könnte in der Zeit, was weiß ich, E-Mails beantworten, ich könnte in der Zeit, wenn ich jetzt ein Student wäre, könnte ich vielleicht irgendwie, was weiß ich, mir, könnte ich unten eine Aufgabe wiederholen oder ich könnte in der Zeit mir, was weiß ich, könnte was zu trinken holen, was auch immer und dann, wenn diese Zeit hier um ist, kriege ich dafür ein wenig Geld. Solange wollen wir jetzt aber nicht warten, klicken wir mal kurz hier auf Stopp. Wenn wir auf Stopp gedrückt haben, können wir auch jederzeit diese Challenge von vorne wieder starten, indem wir auf Start drücken, da beginnt das Ganze aber wieder bei einer Sekunde, das heißt, du kannst jetzt nicht weitermachen bei irgendwie 1 Minute 30, das heißt, du musst wirklich diese gesamte Zeit, musst du absitzen, in Anführungsstrichen. Du kannst jetzt also nicht Stopp drücken und dann einfach weitermachen und wieder Stopp drücken und weitermachen, das geht nicht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, welch einfacheren Weg gibt es denn, Geld zu verdienen, als einfach das Handy irgendwo hinzulegen? Und jetzt mal ganz ehrlich, ich verbringe sehr, sehr wenig Zeit und möchte sein an meinem Smartphone, ich würde sagen, weniger als 20 Minuten am Tag und wenn ich in der restlichen Zeit einfach mein Handy irgendwo hinlege und es bringt mir halt einfach damit ein bisschen Geld ein, wäre das vollkommen in Ordnung und möchte sein, nimmt es bei mir jetzt ein bisschen viel Fokus weg, ich möchte jetzt nicht unbedingt das machen, in deinem Fall, wenn du jetzt aber sagst, ich habe wirklich mit meinem Handy nichts anderes zu tun, ich möchte das einfach irgendwo hinlegen, um vielleicht ein paar gute Discounts zu bekommen, ein bisschen Geld zu verdienen und dann, denke ich mal, ist das eine wirklich interessante Möglichkeit. So, drücken wir mal kurz hier auf Stopp und klicken wir auf Jetzt einlösen und da sehen wir bereits, für was wir das hier einlösen können. Wir haben hier Angebote, wir haben Gutscheine und wir haben hier auch sogenannte Partner. Fangen wir mal an mit den Angeboten, nämlich hier oben können wir beispielsweise dann sehen, welche Angebote heute enden, zum Beispiel dieses hier für bis zu 50% extra auf Shirts und Shorts von der Firma About You, Kaufpreis bis zu minus 50% und Cashback halt 12%. Dann haben wir hier zum Beispiel Neukundengutschein für 15% für Talia oder beispielsweise diesen hier, Tink Summer Sale, bis zu 70% und so weiter und so fort. Und genau, die können wir uns jederzeit anschauen. Dann haben wir halt hier die sogenannten Gutscheine. Derzeit sind anscheinend keine Belohnungen verfügbar, sonst kannst du dir halt Gutscheine hier holen, die du dann einlösen kannst. Und sonst haben wir natürlich auch nochmal Partner und da können wir halt auch jederzeit draufgehen und uns Näheres dazu durchlesen, zum Beispiel halt Shibo oder About You oder Ravensburger oder welche Firma auch immer und da kriegen wir halt immer einen bestimmten Prozentsatz als Discount. Zum Beispiel können wir uns hier 4% erspielen, wir können uns hier 12% erspielen als Discount, wir können uns hier 10% erspielen und so weiter und so fort. Und genau, diese Fokus-Session, die können wir immer wieder starten, das heißt, wir können immer wieder das Handy auf dem Praktischen Tisch legen, nichts tun und wir kriegen dann jedes Mal, wenn so eine Session vorbei ist, ein wenig Geld. Es dauert natürlich ein bisschen, bis du hier ein paar Euro zusammen hast und genau, damit dann halt auch, sag ich jetzt mal, einen ordentlichen Discount bekommst. Du wirst natürlich hiermit nicht Millionär werden, du wirst nicht damit Tausende von Euro im Monat verdienen. Es ist aber, finde ich, ein interessanter und, ja, wie gesagt, ganz spannender Weg vielleicht, ein wenig Geld hinzuzuverdienen. Es ist auch ein sehr passiver Weg. Du musst wirklich nichts tun und für die Leute, die vielleicht einfach ihr Handy nicht so viel brauchen, könnte das hier eine ganz interessante kleine Einnahmequelle sein. Genau, das war's fürs heutige Video. Die App heißt Fokus. Ich kann sie euch wirklich sehr empfehlen. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können.